So, jetzt sind wir in Montrau auf dem Campingplatz. So, jetzt sind wir in Montrau auf dem Campingplatz. Mal einen Blick auf die sanitären Anlagen. Hier ist der Eingang für die FernwC. So, jetzt sind wir in Montrau auf dem Campingplatz. So, jetzt sind wir in Montrau auf dem Campingplatz. Und hier geht es dann zur Herdendusche hin. Das ist mal so ein Eindruck von dem Campingplatz. So, jetzt sind wir in Montrau auf dem Campingplatz. So, jetzt sind wir in Montrau auf dem Campingplatz.